Ich hecke nicht, guck in der Aufnahme. Ja Leute, hallo und herzlich willkommen hier zu einer Runde Wettrüsten auf Lake mit dem lieben Vordi unten. Chris wollte ich ja schon sagen mit dem Rahman. So, los geht's. Ja, genau, Dorm, ja. Hex. So, ich habe einen gemessert, erstmal schön. Da, bei mir. Er ist ins Internet wieder. Was? Ich werde von Welt zu Welt teleportieren, Alter. Ich kann auch. Was? Ich kriege den Test. Sorry. Ich habe den Kopf, wie du schießt. Jetzt bin ich gestorben wegen dir. Nee, nein. Dein dummes Internet kann mal meinen Arsch lenken. Es gibt ein einziges Internet, das ist überall. Nee, aber du hast mir vorhin so zugesetzt gehabt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Digga, ich bin mit zwei Schüssen aufgestattet. Oh mein Gott. Ja. Ach. Wie das Spielagro. und auch noch mal schön m 4 ich habe die beste ja wo die Hacker heller Hacker achten jaja jaja was was dieser kleiner oh das war nicht du Piscuit Hacker ach komm jetzt schade jetzt geht der Hacker du hackst du hackst Was? Ich bin nicht geworfen soll. Ich hecke nicht, guck in der Aufnahme. Tun wir jetzt nicht. Nee! Ach, schade. Dreckig. Ach so, das ist die Mag7. Ja gut, das ist auch ne Schrot. Scheiße. Chris. Na klar, Marc. Jetzt nicht, hör auf um mich zu schießen. Ja, nur... Nee, der hat mich durch die ganze Welt gekillt. Durch die ganze Welt. Jetzt hab ich mich wieder so langsam eingespielt. Jetzt raste ich aus. Ich hol aus. So. Spiel hängt. Spiel ist abgeschmiert. Nicht gut. Das war... Spiel ist abgeschmiert. Wenn das schon so lange hängt, das ist abgeschmiert. Spiel ist abgeschmiert. Ja, tut mir leid, für die, ähm, die jetzt meine Brille aushalten muss. Ja. Ich bin jetzt wieder ruhig. Ich hoffe, das Spiel ist ja aus. Gibt's jetzt noch so'n Fight zwischen uns beiden, Chris? Bei mir hört sich's ungefähr so'n. ros oder nachkommen ich habe noch die direkte ja ich leckte rum ich habe überhaupt keine chance die haben ein ganzer wurde dort hat voll rum gespackt okay das spiel funktioniert ich kann euch beitreten oder den kann ich nicht ich werde das spiel mit ich habe blut raus gehabt scheiße da kommt der etan da kommt er dort von der rechten säule ach komm chris die m249 und ich glaube ich vorhin auch schon ich muss meine nase kratzen muss ich muss machen aber klar dass der jerry ist ja ja war klar ich habe nur noch 17 live gehabt ich hasse die p2536 und die p2000 ist eigentlich gar mal so schlecht so dumm was habe ich jetzt für eine p250 sind dün sehr schön aber klar du hast auch die p2 60 oder ja klar war klar so dumm kann ich auch nur sein und da rein rennen aber klar ist doch ein dumme von der lg kommen ach schade war klar ist ein dumme die kommt ich hasse diesen revolver ich hasse ihn einfach nur ich weiß nicht wie ich mit dem spiel soll ja leider danach ja und dann doch mal die karten und tickt mich ach schade ist er so schön geworden ach komm norm hätte ich so schnell mehr anvisieren können ja gewonnen ja gewonnen ich würde sagen so geil die runde ich würde sagen danke fürs zusehen lasst eine bewertung da schaut bei den anderen beiden boys vorbei die haben jetzt nicht aufgenommen aber beim volley wird auch noch mal was zu sehen sein dann verrate ich auch noch nicht was oder was dauert noch genau dauert noch macht's gut ciao mit v und ö ciao mit ö ö mit schön ö 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 Untertitelung des ZDF, 2020